Musik Wisst ihr was, das ist mein tiefstes Verlangen? Gott mehr zu erkennen. Jesus mehr zu erkennen. Den Heiligen Geist mehr zu erkennen, dass mir nicht irgendwelche Sachen passieren, dass mir nicht irgendwas unbewusst ist, dass mir nicht irgendwas komisch erscheint, dass ich weise bin, dass ich den Geist der Unterscheidung habe, damit ich weiß, was gut und was richtig ist. Ich möchte jemand sein, der aus dieser Gegenwart Gottes, aus dieser Heiliggeist-Atmosphäre einen Date hat mit Gott, wo Gott sagt, hey, da begegne ich dir und da lasse ich mich von dir erkennen. Und da will ich zu dir reden. Da will ich zu dir reden. Gott schweigt nicht. Viele Leute sagen, ich höre Gott nicht. Und das ist alles so schwierig. Und ich weiß auch nicht. Und wenn ich Bibel lese, ich weiß überhaupt nicht, was da gemeint ist. Wisst ihr, woran das liegt? Das liegt daran, dass wir uns so wenig damit beschäftigen, so wenig da uns reinversetzen, dass wir so wenig diese Liebesbeziehung zum Herrn suchen. Sondern wir suchen den Verstand. Wir suchen das Wort vom Verstand her zu erkennen. Und es gibt so viel mehr. Gott möchte uns begegnen und sich zu erkennen geben. Und dann möchte er dort zu uns reden. Er will uns segnen, Anweisungen geben und uns ganz nahe kommen. Und der Hebräerbrief, das will ich auch nochmal sagen, spricht von diesen großen Zeugen des Glaubens. Abraham ist der, der so lange gewartet hat. Aber sein Glaube war größer als alles, was er dort gesehen hat und was in seinem normalen persönlichen Leben abging. Und Gott hat ihn beschenkt. Die Wolke der Zeugen, das wird etwas sein, wo du und ich hinzugefügt werden. Keiner von uns weiß, wie lange dieser Zeitraum dauert, bis wir zu dieser Wolke der Zeugen hinzugefügt werden. Und wir wollen Zeugen Jesu sein, die voller Saft und Kraft sind, die voller Zuversicht sind, die wissen, was hier auf der Erde war und wo wir andere wirklich dann antreiben, wo wir andere ermutigen, wo wir sagen, hey, 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 da gibt es so viel mehr. Du kannst viel mehr. Du kannst viel mehr haben. Du kannst viel mehr entdecken. Du kannst wirklich viel, viel mehr erringen. Du wirst zu dieser Wolke der Zeugen hinzugefügt. Ich weiß nicht, wie lange das ist, dass wir hier zusammen sind. Ich weiß es nicht. Manche Leute denken, wenn ich sterbe, das ist ganz weit da hinten. Ich habe noch viel Zeit. Das stimmt nicht. Das läuft nicht vorne wie eine Barriere, sondern es läuft ganz neben dir her. Und es ist immer nur einen Schritt von dir entfernt. Ich sage nochmal ein paar Punkte zur Wiederholung, damit wir das nochmal klar haben. Unser Zeugnis muss das Festhalten und Überwinden durch den Glauben an Jesus Christus beinhalten. Es muss die Herrlichkeit Gottes aus unserem Leben abstrahlen. Unser Zeugnis hat eine strahlende Wirkung. Gewissermaßen den Hotspot des Heiligen Geistes groß rausbringen. Wisst ihr, ein Zeugnis, das muss wie so ein fetter Strahler, muss auf ihn gerichtet sein. Und ich muss gar nicht da drin so vorkommen, sondern sein Wirken. Das, was er macht in meinem Leben, das muss groß rauskommen. Mein Zeugnis muss das Festhalten im Glauben und die Ermutigung in sich tragen, Gottes Zusagen zu vertrauen. Das ist das, was der Heilige Geist immer macht. Er erinnert uns an die Zusagen, an die Verheißungen. Unser Zeugnis sollte das Bekenntnis unserer Treue zu Gott auch unter schwierigen Bedingungen tragen. Unser Zeugnis muss einen Vorbildcharakter haben, um andere zum Nachahmen zu ermutigen. Weißt du, wie das ist? Du machst deinem Kind was vor und dein Kind macht es nach. Das, was du schlechtest deinem Kind vormachst, wird dein Kind genauso machen. Wenn du die Bude nicht aufräumst, dein Kind wird nicht denken, dass es die Bude aufräumen soll. Wenn du nicht wahrhaftig bist, wird dein Kind nicht meinen, dass es wahrhaftig sein sollte. Versteht ihr? Du musst wissen, dass du einen Vorbildcharakter hast vor allen Menschen. Mein Zeugnis muss andere zur Ausdauer auf dem Weg der Heiligung herausfordern. Ein Zeugnis kann sehr herausfordernd sein, sodass man sagt, da bin ich noch lange nicht, was der hat. Aber ich will, ich will, ich will da hinkommen. Das Zeugnis soll über die Bewährung meines Glaubenslebens im Alltag laut reden. Mein Glaubensleben muss so sein, dass ich anderen sagen kann, hey, du kannst es so machen wie ich. Und das ist gut. Und mein Zeugnis soll die Machttaten Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, die Zeichen und Wunder, die Gott geschenkt hat, ganz groß in der Gemeinde und bei einzelnen Leuten herausstellen. Und ich schließe jetzt mit diesem grandiosen Bibeltext aus der Offenbarung, kennt ihr alle. Denn wir haben ihn, den Feind, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen unseres Zeugnisses. Wir sagen das mal zusammen. Denn wir haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes unseres Zeugnisses. Nochmal. Denn wir haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes unseres Zeugnisses. Amen. 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 Amen.